Heyo, hier ist Ronja und wir überleben heute die Katastrophe und zwar ein Erdbeben. Ab nach draußen, aber halte dich fern von hohen Gebäuden. Okay, ich hab ein bisschen Schiss. Du bist doch nur in hohen Gebäuden. Oh, guck mal, wie sich das bewegt. Oh mein Gott, warte, warte. Okay, wir müssen werden, damit wir nicht vom Gebäude gekillt werden. Oh nein, oh nein, oh nein, das wird mich töten. Okay, es ist... Oh Gott, hier fliegen Teile durch die Gegend, die Spitz. Oh mein Gott. Oh, nein. Oh, guck mal, das bricht richtig zusammen. Habt ihr das gesehen? Ja, ich weiß. Okay. Was seid ihr? Seht ihr noch am Leben? Nein, nein, du lebst doch noch. Nein! Hier ist Cutie Girl Forever. Cutie Girl Tops. Cutie Girl Forever 56. Langsam, langsam wollte ich Flo. Flo und Ronja wollen mich durchgehen mit irgendwelchen Mädchen verkoppeln. Die sagen, mein meinst du aber, oh guck mal, da ist ein Mädchen. Die kannst du doch kennenlernen. Oh, guck mal, da. Ich frage mich, warum wir das machen. Ich frage mich auch. Also hat es einen bestimmten Grund. Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp. Stopp, los. Okay, also ich sag, überlebt das, dass es sich gut ausspricht. Oh mein Gott, guck mal, wie das zusammenbricht. Stopp, Ronja, bist du das? Ich bin am höchsten. Ja, ich will dich. Ich lebe. Ja, ich gehe jetzt ins Chaos. Okay, da leuchtet nämlich was. Ich will das Leuchtende. Was ist das? Nein. Ich glaube, da kriege ich Extrapunkte. Hier, 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 hier. Ich will die rote, leuchten die Kappe. Gib mir die Lote. Nein, gib sie mir. Los, los, los. Die Kappe. Oh, das war der Kopf von wem. Nein, ich bin selber runtergefahren. Hoppala. Oder kann ich das nicht einsammeln? Ich habe überlebt. Und Cutie Girl Forever hat auch überlebt. Lesendes Büro. Oh, okay. Okay. Okay, das. Oh, doch, das ist einzig schon. Achso. Ich bin jetzt der Erdbeam, kommt, sie wird so dead. Ja. Das ist echt so. Aber es kommt nie im Leben. Was kann dir alles kommen? Tornado? Flu? Vulkan? Ist aber unwahrscheinlich. Vulkan habe ich noch nie gesehen. Panschsturm? Säuregen? Blitz gibt es noch. Säuregen? Erdbeam. Dann darf ich so hart treten, dass er immer anfängt. Feuer. Oh ja, Feuer. Wird denn das Gebäude fängt einfach an zu brennen? Und dann sind wir alle oben. Oh nein, das ist auch Stahl, oder? Ja. Ja, aber ich glaube, es wird sich brennen. Es ist schon okay sein. Wir werden schon wieder leben. Ja, aber wenn ich schupfen, wir tobst zuerst runter. Nein. Hab ich auch gehört. Wir hoppen von ihnen zum Bull der Götter. Warte mal, Flore, ist es hier noch irgendwie mit dem runterschupsen können, der hier am Rand steht? Ich sage, guck mal, wir können den mit dem Captain America Sheldon killen. Ja. Ja, da. Flo, flo. Siehst ihn. Siehst ihn. Siehst ihn. Siehst ihn. Wo denn? Siehst ihn hier. Komm. Den krieg ich. Ach, den. Tops, you can do it. Wir schupsen ihn so dratt. Wir bulligen den runter. Okay, und das Naturkastrofe. Oh, Vulkanausbruch. Bring dich vom Vulkanausbruch. Ich würde sagen, wir sind hier ziemlich in Sicherheit, oder? Ja, du musst auch mal schauen, dass es nichts gibt. Ich würde sagen, wir gehen runter. Ah, warum denn? Nur Weiche gehen runter. Nein, komm, hier in die Ecke. Der wahre Held bleibt auf dem Dach stehen. Und schaut den Vulkanausbruch ins Gesicht. Guck mal, ist doch schön. Also, guck mal, wir sind. Schöne Aussicht, oder? Ja, schöne Aussicht. Ist auch warm. Und, äh. Schön warm, kann man sich schön wärmen. Richtig. Und. Oh, mein Gott. Oh Gott. Oh, mein Gott. Ich habe gerade gedacht, das war's. Leben am Lübber. Jetzt ist's vorbei mit uns. Oh, warte. Ich glaube, das geht kaputt. Ist, äh, lebe am Lübber. Das Ding brüchte ein. Nein, das Ding brüchte ein. Komm runter hier, Ronja. Okay, warte. We Score, schnell. Schnell, schnell, schnell. Okay, wir jump'runnen das jetzt. Runter hier. Ja, eigentlich ganz angenehm hier. Guck mal, wenn du aus dem Fenster guckst, Panorama aussieht. Oh nein. Da hab ich mir wehgetan. Ich glaub, hier unten sind wir am 6. Ja, ich glaub auch. Hier ist so ein Lava-Bloch. Wo kriegen wir 2.000 Euro? Weißt du, wie viele Kätzchen ich mir für 2.000 Euro kaufe? AAAAAAAH! Nein, wieso wieso? Ich weiß nicht, was passiert ist. Auf einmal hab ich mich angefangen zu drehen und dann war ich tot. Dann warst du tot. Wieso, to be honest? Ich guck jetzt von außen so wie das Gebäude langsam über sich zerbricht. Ist auch schön. Was siehst du bei euch? Ich hab grad... Oh ja, ich seh dich, ich seh dich. Man kann auf den Vulkan drauf, da ist einer... Oh, da ist jemand auf den Vulkan drauf. Das ist Leben am Limit. Was wir gemacht haben, war... Ich brauch's. Das ist Leben am Limit. Das ist Leben am... Aber nicht, dass du wieder hoch? Ich geh jetzt... Du hast gewonnen! Ja! Man kann mit einem Jump'n'Run in die Rakete rein, ha? Ja, man kann mit der Rakete auch losfliegen und dann fliegt man in den Tod. Aber... Tops, wie würde das denn passieren? Ey, ich mach's, ich mach den Risk, okay? Okay, ich geh auch hoch. Oh nein, ich komm nicht hoch. Aber ich warte hier beim Ausgang, also ich kann auch rausspringen. Okay, weißt du was? Flo, komm, 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 komm. Setz dich hin, setz dich hin, Flo. Ich will jetzt einfach nur in die Rakete. Ich will nur in die Rakete. Lass mich nein! Ich bin aber runtergefallen. So viele Leute wollen in die Rakete. Die blocken mich. Die blocken mich. Oh, oh. Die sehen alle aus wie ich. Ich glaub, die bricht ab. Oh nein, ich bin schon wieder gefallen. Okay, ist egal. Ich hab jetzt Damage genommen, aber nicht für die Rakete fliegen wir ein. Warte, nein, 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 ich will raus. Ich will raus. Sauerer Regen. Tops, bist du schon wieder gestorben? Sauerer Regen. Oh, oh. Komm, runter, schnell, schnell. Du stirbst gleich. Du lebst noch? Okay. Ja, ja. Ich bin gestorben. Das mach ich auch gar nicht so. Wir bleiben hier. Ich sag, ja, das bricht zwar ein irgendwann. Cute Girl Forever. Cutie Girl Forever ist auch noch am Leben, ja? Siehst du das? Ich, ich, ich... Nein. Einfach. Nein. Okay. Hä? Was ist voll... Guck mal, sauer Regen ist free. Was war in der Rakete drin? Ich war nicht in der Rakete drin. Ich hab's nicht geschafft. Drop 1, 2, 3, 4 hat mir einen Freundschaftsanfall geschickt. Nice. Warte, der ist gar nicht ingame. Ich wusste gar nicht, woher ich... Ich wüsste das. Oliver, an mir aber auch. Hä? Der ist gar nicht mal ingame mit uns. Ja. Tom, 1, 2, 4, 6, 5, 7. Ich hoffe, die Leute schreiben hier, the most easy disaster. Ist es auch. Guck mal, wir chillen einfach hier unten. Es passiert nichts. Ich hoffe, der zieht mich einfach im Kopf grüßt aus alle anderen. Dieser Nico-Co. Eron, ich hab gehört, du bist auch größer als ich. Ja, hab ich auch gehört. Guck mal. Okay. Wäre mir unangenehm, wenn ich du wär. Aber ist wahrscheinlich einfach eine Reflektierung, ist echt ein Lebens... Jaja, nee, das sind nur die Dings, die, äh, die, äh, Übersetzungsdifferenz hier. Pff. Die Übersetzungsdifferenz. Ich hab gehört, weißt du, du lügst einfach in deinem Reisepass und behauptest, du bist größer als du eigentlich bist. Nein. Das... Ich will nicht lügen. Tapp. Ich hab mich letztens gemäßt. Ich bin ein 82,5. Ja, ich weiß. Ja, vielleicht haben die einfach keinen anderen Maßstab benötigt. Nice, easy win. Maßstab. Oh nein, ich werde sterben. Oh nein. Geh nachher in deinem Gesicht. Ein tuffes Hai. In deinem Gesicht. Ah. Oh, Pateballer. Ich bin... Wir fahren mit dem Ding. Bist du mit dem Freefall Tower? Ich bin mit dem Freefall Tower. Okay, warte, komm ich auch zu dir. Okay. Du kannst einfach klettern. Ich bin gespannt, ob's losfährt. Kannst du jetzt, ich nehm mich? Okay, wir fahren jetzt. Wenn wir da klettern irgendwelche Maniacs hoch. Der Erdbeben und dann schießt das Ding. Du mal die ganzen Leute am Freefall Tower. Ich glaube, das fährt wie die Rakete. Ja, das fährt ganz los, den gewinnen wir. Katastrophenbehandlung. Tsunami, get to high up out. Das fährt doch jetzt hoch. Fährt das nicht hoch? Na, ist der Tod. Tsunami. 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 Tsunami ist Wasser, gell? Ja, ja, Flut. Richtig. Okay, einfach ganz oben und dann leert das da. Ja, genau. Und dann lass uns gucken, dass wir Leute runterschubsen. Den hier. Den Tom. Was ist der, der uns ne Freundschaftsentfragen geschickt hat? Da ist er. Da ist er. Der spielt jetzt auch mit. Oh, Flo. Der ist gestorben. Der hat sich immer getötet. Der tot, was ich gesagt. Warte, wir müssen den Typen hier mit... Oh nein, ich hab Angst zu fallen. Okay, warte. Wollen wir den Tups runterschubsen? Ja, bitte. Nein. Ronja, Flo. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, ich hab Angst. Oh nein! Ich überlebt. Oh, ich hab überlebt. Ich liebe aber auch. Okay. Bleibt auf diesem Ding oben. Warte, auf dem... Ja, ich lebe, alles gut. Oh mein Gott. Ich komm hoch. Ich bin oben. Und ich bin nicht topfst. Wie? Okay, weißt du, ich kann mir nicht vorstellen, wie du nicht an Fallschaden gestorben bist. Du bist so laut, das ist insane. Oh Mann. Der Tsunami ist vorbei, oder? Guck mal, der ist weg. Oh, der kommt ja so... Und da? Der ist weg, der ist weg, der ist weg. Der hat doch das Ding hier umgeschmissen. Kommt aber noch einer? Ich glaub nicht, oder? Ich bleib trotzdem überstehen. Easy win. Wir sind so gut in diesem Spiel. Das sind glaube ich nicht. Wirklich? Ohne Witz. Niemand ist so gut in Überlebenssimulator wie wir. Und Cutie Girl, weiß ich nicht was. Hast du Cutie Girl schon an den Anfall geschickt, Tops? Nicht so fast. Cutie Girl forever. Ja. Richtig. Hey, Tops, falls du dich umentscheiden willst, es gibt doch hier... Wie? Okay, ich geh jetzt ganz rauf hier. Auf die Rakete drauf. Nein, nein, nein. Auf die Rakete drauf. Ja. Okay, alles klar. Und jetzt fängt es wieder an zu brennen. Jetzt fängt Tops wieder an zu pupsen. Ich bin gestorben an Falschabend. Die Rakete hebt ab. Ja, du hast schon wieder Lauf. Okay, ich geh da jetzt nicht ganz hoch. Ich geh da hoch und bin oben mit Max Farbserf. Schubst ihn runter. Ich bin dran, ich bin dran. Oh nein, warte, was? Nein, was? Hast du das gesehen? Der ist mit so einem Heliumballon rüber zur Rakete. Ja, aber das bringt niemals gar nichts. Ciao, ciao. Hä? Der fliegt nach oben. Wieso? Wieso fliegt die? Nein, du lass dich nicht erwischen. Oh mein Gott. Ich überlebe auf dem Dach, okay? Das ist eine Challenge. Extra Challenge. Nein, ich überlebe auf dem Dach. Okay, er bewegt sich. Er bewegt sich. Ich gewinne. Was soll mir schon passieren? Was soll schon passieren im schlimmsten Fall? Er kann das ganze Ding wegreißen, damit das Ding umkommt. Ach, als ob. Dann überlebe ich trotzdem. Bist du das da ganz oben? Ja. Ich gewinn das. Bleib sehen. Ich gewinn das. Oh ja, jetzt wird's lang. Ich gewinn das. Rania? Kein Stress. Kein Stress, kein Stress, kein Stress. Alles gut, alles easy. Ich überlebe. Ich bin noch auf dem Rund. Ich bin noch oben. Oh, ich steh nicht. Alles easy. Komm, er ist weitergezogen. Er will, er will, er will, er will, er will. Oh, ich bin jetzt. Wenn er nochmal kommt, bin ich rippt. Aber wenn er... Oh nein, er kommt nochmal. Oh nein, wie du weggefetzt wirst. Ich überlebe. In West Virginia. Ach, nö. Ich bin hier oben auf dem Turm hier drauf. Das ist ja schön, Taps. Sieht ihr mich, ich bin hier hinten, hallo, hier hinten. Guck mal, Mama, wie schnell ich rennen kann. Genau. Kennt ihr dieses Video von dem kleinen Jungen, der so ein Flash-Anzug hat? Und da, da, weißt du, wie schnell ich bin? Nein, Taps, kennen wir nicht. Nicht? Nein, das kennen wir nicht. Weißt du nicht, wie schnell ich rennen kann? Dann will er losrennen, dann bleibt er auf seinen Cape hängen und dann fällt er hoch. Oh, nice. Oh, guck mal, wie viele die überlebt haben. Und wir sind einfach... Okay. Ihr seid einfach nur schlecht. Weil ich der meiste Überlebende bin. Das ist schön. Gut, dann war es das aber auch für diese Folge. Ah, wir haben gewonnen, würde ich sagen. Taps nicht. Doch, ich habe gewonnen. Nein. Doch. Doch. Okay, Taps hat auch mitgewonnen. Ja, siehste. Ich habe auch mitgewonnen. Ich hatte schon mal den Shit. Warte, was? Weißt du das? Nein! Ihr seid ihr euch recht gemessen. Ihr macht diesem armen Mädchen Hoffnung. Weißt du? Ich erzähle euch eure Lügen-Geschichte. Okay, gut. Dann war es das für diese Folge. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herstetik. 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 Wie.